So, was ist jetzt hier drüben? Phase? Phase? Lasst ihn brennen! Fleisch mit Salz schmeckt besser! Fleisch ohne Salz ist ein bisschen eklig. Hey, hast du was gegen Fleisch ohne Salz, Alter? Wo hält denn der an? Genial. Nein! Haha, hallo! Lasst ihn brennen! Fleisch mit Salz schmeckt besser! Das ist für ein behindertes Slogan. Was für ein behindertes Slogan! Lasst ihn brennen! Fleisch mit, ähm, Salz tastes better! Scheiße! Hauptsache, der Spaten kann sich festhalten. Äh, nicht festhalten. Genial. Genau, wäre mal sonst nichts zu tun. Boah, ey. Hat sich mal was mit Dreidimensionalität. So. Komm, ja. Ihr Lutscher! Nein! Ohohohoho. Das war ganz schön genau gerade. Ohohoho! 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 Ich hatte nicht vor, hier runterzufallen. Mal gucken, was mich das jetzt gebracht hat, hier runterzugehen. Ohohoho! Nein! Nicht alles normal! Ich... Nein! Scheiße! 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 Boah, ihr habt doch nicht mehr alle Bitches im Schrank, ey. Hässlichen Gestalten der Nacht, ey. Die ganzen Scheißen auch von vorne, ey. Boah, ist das eklig, hier. Ach, Scheiße! Die ganze Gülle normal... Ey. Keine Lust. Halt alles im Schnelldurchlauf noch mal. Rechten die Knochen! Rechten die Knochen! Schon ein bisschen unfair, was die Knaren so können. Was wir nicht können. Hau ihm auf die Augen! Hau ihm auf die Augen! Ja. So schaut's aus. Ja, ich zieh das Video zusätzlich in die Länge, ne. Ganz klar. Oder die Videos, je nachdem. Hier kann er sich auf einmal dran festhalten. Natürlich günstig. Oh Gott. Huh. Can you tell us the reason why you have chosen this Thema? Ha. Insider. So, kommen wir jetzt bitte mal gleich hier rüber. Genial. Hilfe! Hilfe! Schön. Ich muss meine Unterarme waschen. Er muss was? Seine Unterarme waschen? Bitte? So. Wir haben es wieder mal geschafft für diesen Abschnitt. Moment mal, wo war denn jetzt die grüne Dose? Och nee, wir sind an 500.000 Punkten wahrscheinlich und auch an Käfigen vorbeigerannt. Na super. Nee, sag mal, hat einer von euch wussten Sack? Nein. Nein, ne, verdammt, was ist das? Ist das denn hier oben schön? Wow. 50 Punkte. Ging's unten eigentlich noch irgendwo weiter? Oh. Das sieht auch ziemlich günstig aus. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Scheiße. Wir bewegen uns hier auf schmalem Grat, wollte ich mal sagen. Äh, kann ich nur empfehlen, ne? Der schmale Grat des Cobblestones. Folge 7 oder so. Nee, nicht Folge 7. Folge 17 im Minecraft-Less-Berror. Irgendwie sowas. Hey, Kinder. Das macht euch wohl richtig Spaß, euch an einem einsamen Mann zu vertreiben. Ja. Ja, warum stört es dich? Nein, 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 natürlich nicht. Nicht oben von dir. So. Was ist jetzt hier schon wieder Phase? Ach, du Scheiße. Ach, es ist zu lange her, dass ich das gespielt hab, ey. Ich weiß wirklich nicht, wo es lang geht. Ach, du Scheiße. Oh, schön am Leben vorbeigerannt. Och, nein. Nicht schon wieder. Was wollt ihr denn alle von mir? Boah, ey. Hallo? Ja, ich versteh grad gar nichts mehr. Äh, während wir hier hochklettern, ne? Ich trink mal kurz, Mann. Oh, oh. Ja. Toll. Schön. Ich hab das Gefühl, an 500.000 Tumel vorbeizurennen. Scheiße. Sind wir jetzt wieder hier, oder was? Na, super. Oh! Nicht runterfallen. Ich möchte den Gülle nicht nochmal machen. Scheiße, Mann. Was stehst du hier auch im Weg? Ist das ein Knar? Oh. Nein. Nein! Oh! Was auch immer wir jetzt hier machen sollen. Hey, ich versteh grad gar nichts mehr. Vielleicht hier drüben runter? Sounds good. Sounds good. So, nach dem Level werde ich übrigens auch erstmal wieder aufnehmen. Und du fickst dir mal in dein hässliches Face. Das doof ist, was mach ich denn jetzt so. Kacke. Geh ich jetzt mal hier runter? Ach so, hier haben wir mal. Gelb ist gut. Gutes Leben haben wir. Ach nee. Reißt ihm die Haare aus. Reißt ihm die Haare aus. Lass den Blut schwitzen. Oh. Lass den Blut schwitzen. Was soll man denn jetzt hier machen, bitte? Scheiße, fick dich. Äh. Spiel mal mal hier drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Und was falsch ist. Aber das schaut ganz gut aus hier. ich weiß es nicht, wasミー ist. Die Haare aus.